Fritz Wepper ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. International wurde er 1959 durch den Antikriegsfilm Die Brücke bekannt. Seinen Durchbruch hatte er in der Rolle des Assistenten Harry Klein in den Krimiserien Derrick und der Kommissar. Weitere Bekanntheit erlangte er als Kaltenthaler Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Fernsehserie Um Himmels Willen und als Psychiater Dr. Wendt Ellen Winter in der Krimireihe Mord in Bester Gesellschaft. Leben Fritz Wepper wurde im August 1941 als Sohn des Juristen Friedrich Karl Wepper, der seit Anfang 1945 als in Polen vermisst gilt, und der Hausfrau Wilhelmine Wepper in München geboren. Sein jüngerer Bruder Elmar Wepper ist ebenfalls Schauspieler und Synchronsprecher. Er und sein Bruder schlossen ihr Abitur am Wittelsbacher Gymnasium München ab. 1979 machte Wepper seinen Jagdschein und ist seitdem leidenschaftlicher Jäger. Nach eigener Angabe jagt Wepper alle Arten von Tieren, beispielsweise Gams, Hirsch, Fasan oder Wildschwein. Die Raubwildjagd lehnt er allerdings ab. Wepper jagte bereits in vielen Ländern, so in Österreich, Schweden, Norwegen, der Slowakei und Polen. Während Dreharbeiten für die Serie Um Himmels Willen, die in Namibia stattfanden, ging Wepper in seiner Freizeit zusammen mit einem Berufsjäger auf Impala-Jagd. Ende der 1960er Jahre hatte Wepper eine Liege so mit der Schauspielerin Iris Berben, die er 1968 bei den Dreharbeiten von Der Mann mit dem Glassauge kennenlernte. Seit 1979 war er mit Angela von Morgen verheiratet, die von 1968 bis 1973 in erster Ehe mit Fairfried Prinz von Hohenzollern verheiratet war. Aus dieser Ehe ging 1981 ihre gemeinsame Tochter Sophie, die später ebenfalls den Schauspielberuf ergriff, hervor. Angela von Morgen starb am 11. Januar 2019 im Alter von 6. 76 Jahren an einer Hirnblutung. Von 2009 bis 2012 lebte Wepper mit der 33 Jahre jüngeren Kamerafrau und Regisseurin Susanne Kellermann zusammen, mit der er seit 2011 eine gemeinsame Tochter hat. 2012 kehrte er zu seiner Ehefrau zurück. Allerdings kam es nie zu einer endgültigen Trennung von Susanne Kellermann. 2013 beschäftigte die ehemalige Beziehung mit Kellermann das Landgericht München I., weil Wepper sich durch Kommentare des Komikers Atze Schröder in dessen Bühnenprogramm beleidigt fühlte. Seit 2020 ist Fritz Wepper mit Susanne Kellermann verheiratet. Im Februar 2021 wurde bekannt, dass Wepper an Hautkrebs, der Metastasen gebildet hat, erkrankt ist. Im März 2021 unterzog er sich einer Not-OP wegen eines Tumors im Bauchraum. Im August 2021 erschien unter dem Titel Ein ewiger Augenblick im Heine Verlag eine Autobiografie Weppers. Im selben Monat wurde vom Bayerischen Rundfunk unter dem Titel Mein Fritz, ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper eine Dokumentation über sein Leben gezeigt. Fritz Wepper lebt mit seiner Ehefrau Susanne Kellermann und ihrer gemeinsamen Tochter in Gmund am Tegernsee. Karriere bereits im Alter von neun Jahren wirkte Fritz Wepper in diversen Kindersendungen beim Bayerischen Rundfunk mit. Sein Bühnendebüt gab er 1952 in dem Kinderstück Peter Pan am Münchner Staatstheater. Dem schlossen sich weitere Aufführungen am Münchner Jugendtheater an. Sein Filmdebüt hatte Wepper 1955 in Hermann Kugelstadts Zirkusfilm Der dunkle Stern, wo er die Nebenrolle des Hansel übernahm. Eine erste größere Rolle erhielt er an der Seite von Bobby Todd und Hans Elwenspöck als Schneiders Sohn Michel in dem Märchenfilm Tischlein – Deck dich. International bekannt wurde er durch Bernhard Wickies mehrfach ausgezeichneten Antikriegsfilm Die Brücke, in dem er den 16-jährigen Albert Mutz verkörperte, der im April 1945 ebenso wie sechs seiner Freunde zur Wehrmacht einberufen wird. 1964 erhielt Wepper für seine Rolle des Fliegers Philipp Sturgess in Rudolf Jugerts Kriegsfilmdrama Kennwort – Reihe das Filmband in Gold als bester Nachwuchsschauspieler. 1968 war er in dem Edgar Wallace-Film Der Mann mit dem Glasauge in der Rolle des Bruce Scheringham zu sehen. Seinen endgültigen Durchbruch als Schauspieler erlangte er durch die Rolle des Harry Klein in der Krimiserie Der Kommissar, wo er zunächst von 1969 bis 1974 als Kriminalhauptmeister und so dann als Assistent von Kommissar Keller, später im Rang eines Inspektors von Oberinspektor Derrick, beginnend mit der Folge Waldweg am 20. Oktober 1974 zu sehen war. Die Serie umfasst 281 Folgen und lief bis 1998. Der Satz, Harry, fahr schon mal den Wagen vor, entwickelte sich zu einem geflügelten Wort, obwohl er in der Serie selbst nie so gefallen ist. Im Jahr 2004 lieh Wepper seiner Rollenfigur Harry Klein noch einmal seine Stimme für den Zeichentrickfilm Derrick die Pflicht ruft. 1972 spielte Wepper in der Oscar-prämierten Musical-Verfilmung Cabaret neben Liza Minnelli unter der Regie von Bob Fosse eine tragende Rolle. Von Januar 2002 bis zur Einstellung im Juni 2021 spielte Wepper in der ARD-Fernsehserie Um Himmels Willen die Rolle des Kaltenthaler Bürgermeisters Wolfgang Wöller, erst zusammen mit Jutta Speidel und ab 2007 mit deren Nachfolgerin Janina Hartwig. 2004 gastierte er einmalig in der Krimireihe Tatort als Sportler Hartmut Utz an der Seite von Charlotte Schwab, die seine Ehefrau spielte, in der Folge abseits des Dresdner Ermittler-Duos Ehrlicher und Kein. Von Februar 2007 bis April 2017 war er als Psychiater Dr. Wendt Ellen Winter an der Seite seiner Tochter Sophie in 15 Folgen der ARD-Krimireihe Mord in bester Gesellschaft zu sehen. Wiederholt stand Fritz Wepper gemeinsam mit seinem Bruder Elmar vor der Kamera, so etwa in dem Film Eine verrückte Familie sowie in den Fernsehserien Der Kommissar und Zwei Brüder von 1994 bis 2001. 2003 zählte Wepper mit zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ist Wepper auch als Synchronsprecher tätig und Li Wu. Ah, Jean-Louis Trintignon und John Savage Seine Stimme. Auszeichnungen Bambi 1970-1971-1972-1975-1990-2010-1964 Filmband in Gold als bester Nachwuchsschauspieler in Kennwort Reihe 1971 Silberner Bravo-Otto-TV-Star männlich 1981 Goldene Kamera für 157 Assistentenrollen in Derrick 1990 Romy beliebtester Nebendarsteller 2002 Goldene Europa 2003 Deutscher Fernsehpreis bester Schauspieler in einer Hauptrolle Serie für um Himmels Willen 2004 Karl Valentin Orden 2006 Bayerischer Fernsehpreis beste Seriendarsteller für um Himmels Willen 2010 Goldene Henne Leserpreis Schauspiel für um Himmels Willen 2019 Bayerischer Fernsehpreis für sein Lebenswerk 2019 Ascania Award